Leute, es brennt. Guckt euch das an. Das ist jetzt der fünfte Tweet zu diesem Video. Ich habe hier den originalen, ne? Da oben, ne? Ihr wisst Bescheid. Vor 37 Sekunden. Ich habe nichts gemacht. Ich habe eben, war der vierte, habe ich gelöscht. Jetzt ist das der fünfte. Ich lösche ihn wieder. So. Warte jetzt mal kurz ab. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los mit YouTube, Freunde? Habt ihr schon die YouTube-App runtergeladen? Wenn nicht, gönnt euch im eShop. So. Kommt jetzt der nächste Post? Komm. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Das muss ich nicht auf Pause drucken, ey. Das will ich ja gar nicht. Boah. Dann warte ich mal ab, ne? Ich warte und warte. Wo ist denn der neue Tweet? Bei YouTube habt ihr jetzt doch keine Lust mehr, einen neuen zu senden oder? So jetzt. Da ist der Schiff wieder. Da oben hoch. Er wollte mich verarschen eigentlich. Das ist der sechste Tweet. Joa. Läuft.